Die Grafik-Bugs oder was? Hä? Ich sag nur mit Pferden! Egal, zerstörende Leuchtung! Oh, er spielt auf Xbox. Und die Leute versuchen das abzublocken. Digga, wieso hält der so viel aus? Alter! Alter! Aua! Ey, wieso hab ich meinen Dings verloren? Okay, wir müssen nach vorne dringen. Was kann man denn hier nehmen? Ey, man kann so ein Dings nehmen. Wofür ist das? Ach, irgendwann explodiert das? Ey, hier gibt's Burgenschützen! Scheiße! So, ich guck mal, ob ich mich hier außen so rumschleichen kann. Sieben Minuten haben wir Zeit. Das ist ja alles! Ahhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Er wollte mit seinem Bogen weglaufen! Ist das denn alles meine Freunde? Nee, das ist ein Gegner. Oh mein Gott, haben die mich genommen. Was passiert jetzt? Spieler loben. Lob an Jockey, Jockey, der mich getötet hat. Okay. Ich spawner neu, okay. Ja, das ist schwer, schwer, schwer. Aber wie, wieso? Wie geht das hier mit diesem Anzünden? Also, wir können das nehmen, okay. Aber wie zündet man das an? Ich höre es hier auch irgendwie. Ach, ich kann das da dranwerfen, oder was? Oh mein Gott. Ah, wir haben es geschafft. Bamm, von hinten schön rein. Ach so, wir müssen die Dinger da anbringen. Oh, aua. Schön von hinten. Oh, das gab keine... Oh, shit. Au, 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 au. Jetzt bin ich damit, äh... Okay, aber wir haben den Leuchtturm zerstört. Wir müssen die Dinger da reinstecken. Hä? Ach so, ich bin wieder da, das bin ich. Jetzt müssen wir da hinten die Brücke einnehmen. Warte mal, es gibt sogar Spring-Angriff. Oha. Oh, shit. Diese scheiß Bogenschießtypen. Die sind natürlich heftig. Möh, tot. Wir haben dich, Junge. Oh, da kommen welche mit Pferden. Oh mein Gott. Was? Ey, verpiss dich mit deinem Pferd, Junge. Junge, schieß ihn ab, komm. Schön. So, ich komm wieder. Oh, der eine von uns hat ein Pferd. Junge, was willst du? Wir sind zu zweit und machen dich platt. Zack, da haben wir ihn. So, weiter, 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 weiter. Wir stimmen immer mehr nach vorne. Ich stech dich ab, Junge. Oh. Oh, shit. Guckt euch mal Superschlitze an jetzt hier gegen alle. Oh mein Gott. Aufladen und schlitzen. Pass auf jetzt, pass auf jetzt. Ich will eine richtige Waffe. Okay, wir haben noch acht Minuten. Go, go. Mal nochmal den Kampfschrei. Was ist er denn hier, der Kleine? Ja, chillt mal. Hallo. Ich bin dein Kumpel. Oh mein Gott. Wie viele Pferde kommen in die angesprimtet. Ich muss mich heilen. Ich verstecke mich. Ich muss die Bogenschützen auslöschen. Alter, der ein dick... Oh, was hat er denn für ein Schild? Wer ist er denn? Wie ändere ich denn meine Klasse? Ach, guck mal. Ach, hier ändere ich meine Klassen. Aber ich kann nur Ritter, Fußsalter, V-Hut, Bogenschützen. Ich mach mal V-Hut. Echt, ich will so ein Pferd haben. Oh mein Gott. Yay. Jetzt geht's ab. Was will er denn hier? Oh. Hey. Geht weg da. Lasst mich durch. Ich trete euch alle um. Was will er denn? Oh, Entschuldigung. Bogenschützen. Zack. Nein, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ich hab keine Waffe. Nein, er hat mich... Ah, er kriegt... Wer hat denn mal so ein kleineres Schwert? Hat er ein normales Schwert? Ach so, jetzt... Ich sehe, es ist spät schon. Wir kommen aber nicht durch. Guck mal, wie viele Bogenschützen, Alter. Reiß dir die Säule nieder. Ja, wir probieren's ja. Wir kommen nicht ganz durch. Ah! Schön. Au, aua, 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 aua. Jetzt gibt's einen Öltopf. Hey, wieso... Wie werfe ich denn den Öltopf? Verdammtscheiße. Ah, guck mal, ich bin aber vierter Platz. Ich rocke alles. Ich bin sogar... Ey, jetzt hab ich da irgendwie so ein Horn. Jetzt hab ich keinen Öltopf mehr. Ey, jetzt haben wir aber nochmal ein Schwert. Entschuldigung. Rein hier. Bam! Oh mein Gott. Boom! Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Lebe ich noch? Loll, ich lebe irgendwie noch. Perfekt. Irgendwie hab ich mich... ...gerettet. Oh, der gibt mir den Eddie! Alter Schwede. Ach, lebt man immer noch auf dem Boden irgendwie oder was? Ne, ne? Ah, wir spawnen jetzt aber hier drin. Entschuldigung. Aua! Ey, was hat denn für ne Keule? Au, au, aua, aua, aua. Ja, mein eigener, danke. Mein eigener hat mich genommen. Und wo hab ich Leute mit nem Schild? Ich hab ja jetzt schon jeden einmal... Wahrscheinlich muss man das jetzt freischalten. Hier, genau. Komm, wir nehmen mal Bogenschütze. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch. Jetzt hört man noch das Pferd hier. Durch hier. Ey, hallo. Kriegshorn. Ey, ich häng irgendwie fest. Ach, scheiße. Wie komm ich denn jetzt davon runter? Ah, jetzt. Was ist das da? Wir müssen da irgendwas machen an dem Ding. Direkt da. Tschüss. Ich muss mir dieses scheiß Ding schnappen, die hier was werfen und so. Oh, den schnitzt mich aber gut weg. Ich wurde surrounded, Alter. Jetzt hab ich nen Bogenschützen. Aber Bogenschützen machen wenig Schaden. Aber egal, wir probieren's mal. Hä? Kann man nicht aufladen? Oh mein Gott. Au. Au. Ach du Scheiße, ist das schwer. Ich hab einen gehtet. Alter. Oh nein, er hat mich... Ne, Bogenschütze ist scheiße. Ich nehme wieder Ritter. Ich spiel mal ein bisschen im First Person. Äh, im Third Person. Guck mal, ich bin der Rang 1, Alter. Ich spiel zum ersten Mal, die anderen sind die Rang 100, Alter. Was für kranke Leute. Ich find aber, man hat hier keinen guten Überblick. Ey, von hinten ist doch asozial. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich steh mir nicht mehr. Dieser Morgenstern ist stark, aber den hab ich noch gar nicht. Ne, aber ich spiel wieder in Ego. Oh. Verbündete Kalavirie kommt. Ja, ich bin Level 2. Ich hole ein bisschen mehr die EG. Au. Tote. Hä? Schieben? Okay, ich probier's dann nur zu schieben. Aber die Gegner sind echt noch hartnäckig. Ja, ja, ja. Schiebt, schiebt. Fast runtergefallen. Ah, oh. Ich seh nix. Oh, das gibt's doch nicht. Lull! Ich kann nicht noch boxen vom Boden aus. Ich hab dir nur eine gegeben. Ja, wir müssen an dieses Ding geraten. Ja, jetzt kam unsere... Jetzt haben wir's. Komm. Werf das Ding um. Ah, scheiße. Ich helfe euch. Hä? Nein, ich will nicht mit der Hand angreifen. Ey, warte mal. Was hab ich denn hier? Digga, er ist so voller Blut, der Junge. Hä, ich hab jetzt irgendwie so ein... Ah, ich hab so drei Messer, die ich werfen kann. Oh, der ist tot. Aua. Hä, wie kann man denn das rütteln? Eilen. Hier ist nochmal ein Messerwurf. Ja! Getroffen. Oh nein, ich wurde genommen. Aber ich glaub, wir haben's geschafft. Ja, wir müssen jetzt da hinten hin. Das Kriegshort muss ich machen, wenn ganz viele Leute in meiner Nähe sind. Dann mach ich die stärker oder so. Was? Wo kommt er denn her? Die weg. So, jetzt... Ein paar Leute geheilt. Bam! So, jetzt kommen wir aber hier mit massig, Leute. Kurz mal heilen. Wir haben sie. Weiter rein, rein, rein. Wir haben die gleich, wir haben die gleich. Oh mein Gott! Hä? Scheiße, jetzt kommen die alle wieder. Oh nein. Wie kann der das überleben, Alter? Mann! Äh! Wird doch nochmal so ein großes Ding hier. Da liegt ne Fackel. Wir brauchen die Fackeln. Brenne die Bibliotheken nieder. Schützt mich, Leute. Äh, da kommen wir noch nicht rein. Oh, 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 oh. Aber ein bisschen brennt es schon. Den haben wir. Digga, wie viel hält der aus? Okay, jetzt haben wir den. Au, 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 au. Kurz mal heilen. Dann geht's rein hier. Ich versteck, ich komm von hinten rein jetzt. Oh mein Gott! Was machen die denn da? Der hat so ein langes Ding. Ach, das ist, weil ich jetzt diese scheiß Fackel hab. Hab ich jetzt nur eine? So, keiner sieht mich. Nein, er sieht mich. Brenn! Ich glaub, ich hab irgendwas falsch gemacht. Man muss den nicht einfach dahin werfen. Man muss an irgendeinem bestimmten Punkt. Verdammt. Wenn du am Boden liest, krieg ich ihn sicher. Du kannst wiederbelebt werden. Sprintangriff! Oh mein Gott, den haben wir mal genommen. Und einer kommt von da oben. Das gibt's doch nicht. Danke, dear Bruder. Ich geb euch mal ein bisschen Verbandzeug. Dicke, wie hartnäckig ist der Kleine gegen vier? Hier ist er weg. Verdammt nochmal. Aber wie brennt man dieses Ding jetzt nieder? Wir haben nur vier Minuten. Oh, ich bin ein bisschen nur nach unten gegangen. Ich hab nur zehn Kills. Der eine hat vier Kills. Mein Weg. So, zusammen schaffen wir den. Entschuldigung. Ah, dagegen werfen. Gut gemacht, Junge. Warte mal. Schön mit dem Stuhl eingegeben. Und jetzt werfe ich den Stuhl nochmal an seine Fresse. Ich treffe ihn nicht. Oh, ich brenne! Lol, was will er denn hier? Oh. Aber so ein bisschen... Okay, wir hätte ich jetzt dagegen werfen müssen und nicht auf den Tisch. Ja, mit mehreren Leuten muss das nützlich sein, ne? Die man halt kennt. Nein, hier. Au, der hat mich mal voll erwischt, der Junge. Ey, voll auf, Alter. Aber ich hab... Und er wirft einfach das Ding da rein. Er brennt wie sonst. Ah, wir halten uns gut. Das heißt, ein bisschen... Kittens-Tode. Komm rein hier, Junge. Ich glaube, man muss mehr über die Ecken gehen. Gerade die, die die Fackeln haben. Die Bibliothek muss noch mehr brennen. Oh, guck mal hier. Ja, scheiß, man kann nix machen. Ne. Wenn man ne Fackel hat, kann man nix machen. Ah, da hinten hätte ich hingemusst. Aber zu schwer. Oh, die scheiße Gelbe. Tschüss. Der ist weg. Komm, hoch. Ich will ne Fackel. Oh, man ist so langsam mit Fackel. Jawoll. Jawoll. Boah, wenn ich jetzt ne Fackel hätte, ne? Was will er denn? Lol, er schlitzt mich mit diesem kleinen Ding auf, oder was? Alter, wie schnell kann er denn damit angreifen? Dann hab ich ihn doch. Ey, er kann mich damit boxen. What? Das ist ein bisschen unrealistisch. Und er nockt seinen eigenen und hilft ihm wieder hoch. Aber ich hab ein Ding ins Ding geschafft. Aber wir werden es nicht schaffen. Zehn Sekunden. Wir werfen nochmal unsere Waffe rein. In der Lage. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es geschafft zu verteidigen. Ja, okay. Aber ich liebe lieber so einen Modus, wo einfach nur Deathmatch ist. Aber man muss es ja mal ausprobieren. Aber cool, dass es sogar Pferde gibt. Ja. Kills durch. Ja, wir haben sogar Eikübel. Aber es hat nicht gereicht. Aber das reicht mir erstmal mit dieser Runde hier.